Die ist eh total platt. Den können wir sogar noch reparieren. Wo die Dinger eigentlich eh nicht schwer sind. So, dann schmeißen wir die nämlich weg. Und ziehen uns die Metallrüstung an. Der Tarnanzug ist leider fast leer. Aufstandsausrüstung, Elitehelm. Rüstung ist auch fast platt. Strahlenschutzanzug kann nichts mehr. Ei, ei, ei. Könnten uns natürlich auch einen Patienten mit einem Kittel anziehen. Aber ich glaube, ist gerade nicht angebracht. Ähm. Wir sind eigentlich total fit. Könnten höchstens noch mal ein bisschen was erchen. Und ich denke, ob ich trinken. So, hier haben wir so ein aufbereitetes Wasser. Und dann, ja. Oh. Na. Da habe ich im Grunde genau den Falschen weggeballert. Aber immerhin wenigstens ein. Da, leg dich zu deinem Freund dahin. Oh. Puh. Ja, Rösti, genau. Der wollte mich rösten. Oh, Klein. Hatte ich erwähnt, dass dir der Zugang zu dieser Zone verboten ist? So, Verboten. Ja. Wenn du sagst. Oh, da sind wir wieder. Hier hängt noch der eine Robo-Skorpion unter der Decke. Den haben wir da amtlich runterge... Äh, raufgesprengt. Level 1. Ja, das hatten wir schon. Level 1. Level 2. Wir müssen hier diesen Test erledigen, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn da? Schuldatenbeschaffung. Schuldatenbeschaffung. Fortgeschrittener Test. Für diesen Test müssen Sie alles nötige unternehmen, um drei Schülerakten von einer durchschnittlichen Highschool zu beschaffen. Nutzen Sie das Feldstörungs-Kapazitätsmodul für den Schall-Emitter, um sich im Gebiet besser bewegen zu können. Protektrons und grundlegende Sicherheitsprotokolle sind aktiviert worden. Erfolg. Beschaffen Sie drei Schülerakten. Fehlschlag Sicherheitsvorkehrungen. Halten Sie vom Beschaffen der Akten ab. Aha, okay. Also es hört sich so an, als wenn da, keine Ahnung, Fußballstadien an Etagen hin und her gefahren werden. Gucken wir uns das mal an. Achtung Schüler! Dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors. Ich dachte Dr. Bob. Ja, dann zeig ich mal das Örtchen. Oh, wir sind hier sowas von richtig. Ähm... 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 Okay... Schall-Emitter-Daten. EM-Impulswellenmodul herunterladen. Ah, Schall-Emitter-EM-Impulswelle freigeschaltet. Der Schall-Emitter kann Kraftfelder ausschalten. Im Anhang an diese Nachricht finden Sie die Daten, die ich bezüglich des Effekts des EM-Impulswellenmoduls auf unsere Kraftfeld-Emitter gesammelt habe. Schicke Ihnen die Prototypen-Waffe zum Testen. Bitte leiten Sie das an Ohlen weiter, sobald Sie feststellen können, wie wir unsere Emitter gegen den EMP-Effekt dieser Waffe isolieren können. Dr. Kellis. Und 50 Energiezellen hinzugefügt. Warum bin ich denn jetzt auf einmal wieder so schwer? Nein. Können wir nicht nur irgendwas entsorgen? Der Yangtze-Lager-Overall. Er ist... Ja. Schade, dass er defekt ist. Eigentlich ein nettes Andenken. Vielleicht können wir ja irgendwas anderes... Wir trinken ein Bier, würde ich sagen. Dann können wir nämlich auch direkt noch mehr tragen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, was ich wollte. Jetzt mal diese Schall-Emitter-Aoffenbarung ausprobieren. So. Spind ist leer. Die Waffe ist vollkommen sinnlos gegen irgendwelche Viecher. Legen wir die mal auf die Eins. Und... Zwei Schuss mit der Riot-Shutgun. Haben wir denn vielleicht noch irgendwelche andere Munitionen, die wir da einpflanzen können? Laufgeschoss, Beanbag, Magnum. Das hast du jetzt davon, wie ein Jung. Hallo? Wo kam das denn jetzt her? Ist hier vielleicht noch einer? Mist. Müssen wir schon wieder die Munnen wechseln? Das nervt doch. Verstehe ich alles nicht so ganz, aber von mir aus... Ist das Medics? Jo, Medics. Und... Red Eggs. Sehr gut. Bakesail Friday. Fight the Red Menace with Cookies. Natürlich. Cookies for the future. Und so ein Blutpaket. Das wird mir mit Sicherheit mal gut stehen. Wollen wir sogar zweifeln. Und dann... Dicke rote Paste. Wollen wir mal dicke rote Paste auftragen. Das ist quasi die... Blenden die unter den Heilcremes. Auch eine andere Waffe. Bringt doch so nix. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber die könnten wir uns mal auf die vier legen. Ich glaube, den Test hatte ich jetzt schon bestanden, ne? Mal gucken, wo es hier hingeht. Ich bin ja von Natur aus neugierig. Okay. Ja, was haben wir denn da? Ein Briefbeschwerer. Die Schule ist ein heiliges Unternehmen. Obwohl ich in dieser freigsten Einrichtung schon vor langer Zeit meinen Abschluss gemacht habe, erkenne ich es jetzt ihren Wert. Und dass ich von Schülerverbindungen und Männchen verdorben wurde. Bäh. Der Alte spricht wirklich wie der Gegner von Spongebob. Leicht verschlossen. Achso, ja, Geschützsteuerung. Ja, die kann ich mir auch schenken. What? What? Ponyklick. Fupp, da ist er umgefallen. Die halten auch nix aus, die Köter. Hirnmutanten. Ich frage mich, ob da jetzt vielleicht sogar noch mehr dann von hinten kommen. Wenn ich hier so... Langschlawinzel. Leer steht ja auch dran. Wer lesen kann, ist ganz klar am Vorteil. Ledergürtel brauchen wir nicht. Die ist leer. Weiter. Nur zerstörte Bücher. Ich frage mich wirklich, wo es denn die... ...leeren Bücher gibt. Ich frage mich. ... ...leeren Bücher. ...oto… ...to jinig... ...o'o'oo'o'o'o'o'o'o'o'. ...o'oo'o'o'o'o'o'. ... ... ... ... Pücks. Keine Bewegung. Der Einsatz tödlicher Gewalt entspricht dem geltenden Gesetz. Etwaige Beschwerden sind an die lokalen Vollzugsbehörden zu richten. Da gehen wir uns nachher beschweren. Genau, bitte den Bereich räumen. Test-Terminal, Schülerakten abrufen. Betsy Brides Akte abrufen. Betsy Brides Strafakte. Unentschuldigte Abwesenheit 7. Störendes Verhalten 3. Rauchen auf Schulgelände 11. Was ist das denn für eine Skala? Oder die Anzahl, wie oft sie sie geschnappt haben. Hm. Betsy Brides Strafakte. Da haben wir schon mal eine. Mal gespannt, wie es weitergeht.